Der Aufbau und die Strukturen des deutschen Fußballs gleichen einer Pyramide. Ganz oben steht der Deutsche Fußballbund, kurz DFB, darunter fünf Regionalverbände und 21 Landesverbände. Der SAV ist einer davon. Die Landesverbände wiederum sind in Kreise oder Bezirke aufgeteilt, denen deutschlandweit fast 25.000 Vereine mit rund 7 Millionen Mitgliedern angehören. Die Vereine und ihre Mitglieder bilden also die Basis des Fußballsports. Das Ganze lässt sich detaillierter auch noch für Schleswig-Holstein anwenden. Der SAV als Landesverband unterteilt in zwölf Kreisfußballverbände und 600 Vereine, in denen rund 160.000 Fußballerinnen und Fußballer Mitglieder sind. Nun wird es höchste Zeit, euch Anke vorzustellen. Anke Seert schlägt für den Verein FC Küste, denn dort ist sie Vereinsmitglied und bringt sich durch ehrenamtliches Engagement in das Vereinsleben ein. Und das hier ist Ingo. Er ist Feuer und Flamme. Nicht unbedingt für Anke, aber für den Kreisfußballverband Nord, denn dort engagiert er sich als erster Vorsitzender. Den FC Küste und KV Nord gibt es in Wirklichkeit nicht, sollen uns aber bei der Darstellung der Strukturen beispielhaft helfen. Und was haben der Verein und der KV nun miteinander zu tun? Gucken wir uns dazu zunächst den FC Küste an. Das oberste Organ eines Vereins ist die Mitgliederversammlung. Hier können alle Mitglieder des Vereins teilnehmen, also ist auch Anke dabei. Sie kann hier ihre Meinung äußern, sich an Wahlen sowohl personell als auch strukturell, zum Beispiel bei Satzungsänderungen, beteiligen und über den Vertreter des Vereins auf dem Kreistag bestimmen. Eine Mitgliederversammlung findet in der Regel einmal im Jahr statt. Der Verein FC Küste gehört dem KV Nord an. Die Organe eines KV sind hier aufgelistet. Ein Kreisfußballverband besteht aus einem Kreistag, Kreisvorstand, einem geschäftsführenden Kreisvorstand, dem Kreisgericht und unterschiedlichen Ausschüssen. Ein Kreisfrauen- und Mädchenausschuss sowie ein Kreislehrwart können nach Bedarf gewählt werden. Am Kreistag des KV dürfen alle Vertreter der Mitgliedervereine teilnehmen, also ist auch Anke dabei. Außerdem nimmt der Kreisvorstand dort teil, zu dem ja auch Ingo als erster Vorsitzender gehört. Auf einem Kreistag finden jede Menge Wahlen statt, Anträge werden eingereicht und über diese abgestimmt und es werden die Delegierten für den SAV-Verbandstag bestimmt. Ein Kreistag findet in der Regel alle drei Jahre vor einem SAV-Verbandstag statt. Die Mitglieder des Kreistages, also auch Anke, wählen den Kreisvorstand. Dieser setzt sich aus einem ersten und zweiten Vorsitzenden, einem Geschäftsführer oder Schriftführer, einem Beauftragten für Finanzen und den Vorsitzenden der Kreisausschüsse zusammen. Der Kreistag, also auch die angehörigen Vereine, bestimmen also ihren Vorstand, zu dem unter anderem Ingo gehört, der dann als Vertreter seines Kreises im SAV-Präsidium sitzt. Aber wie können sich Anke und Ingo nun in das Verbandswesen einbringen? Das erklären wir euch in Folge 2, wenn es um die Organe des SAV geht. Euch hat das Video gefallen? Dann haltet euch auch auf unserer Homepage, auf Facebook und auf Instagram auf dem Laufenden.